Ja, servus beieinander. Erste Hilfe für hochsensible Persönlichkeiten ist das heutige Thema. Der Hochsommer, liebe Schwestern, hat uns im Griff, das heißt vermehrt, viele, viele Geräusche, viele Gerüche und, und, und noch vieles mehr. Um da wirklich bei sich zu bleiben, habe ich ein paar kleine Methoden für euch mitgebracht. Mir helfen sie, vielen anderen auch. Und guck da einfach mal rein. Also, ich empfehle dir tatsächlich, diese Übungen regelmäßig zu machen. Ja, also nicht, wenn es erst schon, wenn du schon völlig ausgebrannt bist, sondern lass sie tatsächlich regelmäßig in dein Leben einfließen. Am besten, ja, also ich mache sie jeden Abend. Du siehst, ich höre mit Kopfhörer, je nachdem, also es gibt viele Möglichkeiten für Meditationsmusik. Ich mache es über Handy und mir ist ein Kopfhörer lieber, einfach um die Geräusche auszublenden, die störenden. Das ist jetzt keine Meditationsmusik, sondern Affirmation, die ich mir hier gerade anhöre. Es geht aber auch um Meditationsmusik. Und ich, von den Zeichnungen her, keine offenen Zeichnungen, ja. Also, wenn es um Konzentration geht, um die Aufmerksamkeit zu verbessern, um einen Blick nach innen zu richten, empfehle ich immer, klare Strukturen, keine offenen Formen, eher innerhalb einer Struktur zu zeichnen, wie du siehst, weil das gibt uns Sicherheit und diese, ja, Sicherheit, diese, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, aber diese Strukturen, diese verlässlichen Strukturen, die sind gerade in solchen Momenten, wo es wirklich hoch hergeht, total wichtig. Also, legt ihr, besorgt ihr viele, viele Farben, Buntstifte, das sind jetzt Aquarellstifte, vom Papier her ist es ein gängiges, ganz, ja sogar aus einem billigen, recht günstiges Papier meine ich sogar, also das Weiße, das Andere nicht. Und, wenn du dir das jetzt noch nicht so zutraust, frei zu zeichnen, also freie Formen, dann besorgt dir ein Mandelermahlbuch. Ich persönlich favorisiere jetzt eher die Formen selbstständig, also eigene Formen zu kreieren, weil dann, das ist natürlich auch für die Kreativität gut, für das intuitive Zeichnen, also nur Mut. Und, das, äh, ich arbeite hier spontan, also wenn du mir, wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann kannst du mir gerne folgen über YouTube, auf YouTube. Und, das, was du jetzt hier siehst, ist auch möglich, nimm eine, wenn du magst, eine Aquarellzeichnung, wenn du noch hast, oder mal ein Aquarellbild. Auch hier siehst du geschlossene Formen und zeichne nun mit einem dunklen Stift nach. Das zentriert strukturiert unser Denken und somit auch unsere Handlungen. Also, das war's jetzt erstmal. Ich zeichne da mal weiter. Alles Liebe, viel Kraft und bis zum nächsten kleinen Short. Eure Karin.